. Paul Heyman? Ja, klar. Ach, du Scheiße. Keine Sonne wirst du sehen. Geben Chris und Jericho. Also wenn da jetzt Paul Heyman gewinnt, ne? Dann deinstallierst du. Dann deinstallierst du das Spiel, ja. Also dann ist Feierabend. Ja, mich sieht man nicht aus. Nö. Aber mich sieht man. Also kann ich nicht sehen. Er sieht halt echt gut aus. Ja. Ist halt echt Paul Heyman. Holy shit. Ja. Booker Tee. Und da ist er. Das war's für heute. Chris Jericho. Ladies and gentlemen. Mein Name ist Paul Heyman! hätte ich, hätte ich, hätte der Fahrrad, hätte der Fahrrad zu spät. Achso, by the way, ich weiß jetzt, was weißt du jetzt, nix weiß ich. Ah ja, okay, wie auch immer das funktioniert, weil man kann, also das, was ich gesehen habe, die Leiter zwischen Ring und Kommentator-Pult machen. Ah, okay, ja, aber wie weiß ich. Sehr freundlich. Hallo, was bist du denn für einer? Wow. Paul Heyman ist, also der hat ja gelernt von Brock. Hat er. Ich glaube, Brock ist sein Manager. Ja. Holy shit. Willst du nochmal aufstehen? Ja, kann ich nicht. Willst du nochmal aufstehen? Nein, kann ich nicht. Ja, okay. Paul, ich bitte dich. Das ist nix. Der Paul. Der Paul Heyman. Oh. Der hat gelernt. Der Typ. Ja, gut, das stelle ich mir ganz gut vor. Aber das kann er nicht. Ich habe doch gekonnt. Nein, dass du nicht. Das kannst du gegen Paul Heyman nicht. Der kann Chris Schalk hochladen. Ja, klar. Da muss ich einfach ganz kurz. Ei, 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 ei. Ist das die große Leiter? Ich weiß es nicht. Ich meine, es gab ja zwei Länge. Ja, aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe das nur gesehen, dass man halt das so machen kann. Ja, schon mit Zucklick. Ja, hat er gelernt. Hat er gelernt. Scheiß Verräter. Was? Guckst du, hm? Oh, ich dachte schon. Nee, das ist ja auch nicht. Ja, ich weiß nicht, Paul. Was? Was? ich hätte kommen ja wieso machst du es denn nicht ja weil ich nicht kann muss sie ganz schön einstecken ziemlich einstecken wie schnell hoch kann ja das kann natürlich macht er natürlich macht er das ja ich konnte das nochmal kontern ja was macht er denn jetzt was 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 oh oh einfach ja da ist die paul heymann faust das bescheid drei stelle mit sehr gut gut was